Willkommen bei Breaktime, dem Tennis Magazin. Wir sind hier bei den österreichischen Staatsmeisterschaften im Tennis 2012 im Oberbullendorf. Es ist Viertelfinal-Time und zwar haben wir hier das Spiel zwischen Mario Heidermaurer, dem älteren Bruder von Andreas Heidermaurer und Sam Weisborn. Zwei Spiele aus Niederösterreich. Mario Heidermaurer spielt bei Klosterneuburg gemeinsam mit seinem Bruder, während Sam Weisborn beim UTC Stockerau spielt. Und Weisborn, der Mann mit dem Kapperl, spielt ein relativ variantenreiches Tennis. Er hat viel Unterschnitt in den Bällen, kann aber dann auch mit seiner starken Linkshänderpeitsche ordentlich Gas geben. Mario Heidermaurer, ein klassischer Arbeiter, Rechtshänder, der immer wieder versucht Druck zu machen, aber so ganz im Griff konnte er Weisborn in diesem Spiel nie bekommen. Weisborn, 21 Jahre alt, auch viele internationale Turniere schon gespielt hat. Mario Heidermaurer, der ältere, er ist 28 Jahre alt, also gehört schon ein bisschen zu den Routiniers in der österreichischen Tennisszene. Weisborn legte ordentlich mal vor, er kämpfte sich eine Führung mit 6 zu 3 und 4 zu 1. Da glaubte man schon, das wird eine schnelle Angelegenheit. Bekanntlich fangen dann die Leute an nachzudenken. Mario Heidermaurer kämpfte sich zurück und holte sich den zweiten Satz mit 7 zu 5. Bei brütender Hitze ging natürlich so eine Partie an die Substanz. Mario Heidermaurer hatte dann im dritten Satz bereits leichte Krämpfe, während Sam Weisborn mit seiner Fitness an diesem Tag keine Probleme hatte. Ja und auch immer wieder sah man Mario Heidermaurer mit sich selbst hadern und natürlich auch mit diversen strittigen Entscheidungen. Oft kam der Stuhlschiedsrichter hinunter und gab viele Bälle eben an diesem Tag. Nicht für Heidermaurer. Ja, man sagt so schön, wenn das Glück ein Vogel wäre, das ist heute Mario Heidermaurer im wahrsten Sinne des Wortes davon geflogen. Sam Weisborn konnte sich dann im dritten Satz den entscheidenden Tiebreak holen und zog somit als erster Mann ins Halbfinale ein. Wenn Sie noch dranbleiben, sehen Sie dann auch noch eine ausführliche Berichteinstattung und zwar von unserer Podestkamera, die wir zusätzlich aufgebaut haben. Dazu wünschen wir euch noch viel Vergnügen. Zwei, drei, das ist ein Test, hier Viertelfinale österreichischer Staatsmeisterschaften. Zwei, drei, das ist ein Test, hier Viertelfinale österreichischer Vergnügen. Zwei, drei, das ist ein Test, hier Viertelfinale österreichischer Vergnügen. So,必 Ender Mauer. 0,15. Das ist dann. Das war's für heute. Die Leidermacher 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 Und dann geht es weiter. Das ist gut. Kaffee Vamos! Massen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 30,15 Out 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 Out